Hi und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video zum Thema Jod. Was wieder damit zusammenhängt, dass ich da sehr oft zu gefragt wurde und auch darum gebeten wurde, ein Video zuzumachen. Ich habe mich aber sehr lange darum gedrückt, weil ich finde, dass es eigentlich gar nicht so viel zum Thema Jod zu sagen gibt. Abgesehen davon, dass natürlich klar Jod ein Spurenelement ist, was man mit der Nahrung aufnehmen muss. Es ist wichtig für die Funktion der Schilddrüse. Und Jod ist in den meisten Nahrungsmitteln in der westlichen Welt relativ wenig zu finden. Und Schilddrüsenunterfunktionen sind in der westlichen Welt sehr, sehr häufig zu finden. Und ich nehme an, dass darin der Zusammenhang besteht, wobei man da natürlich differenzieren muss, was für eine Schilddrüsenunterfunktion hat man denn überhaupt. Ist das überhaupt eine Jodmangelunterfunktion oder ist es eine Autoimmunerkrankung wie zum Beispiel Hashimoto? Ja, und ich kann mich da, also ich will mich da auch der Lehrmeinung anschließen und dem, was in der Uni gelehrt wurde, zumal ich keine anderen Aussagen darüber gefunden habe oder ich keinen Grund sehe, da eine andere Auffassung zu haben. Also, wie gesagt, Jod ist ein Spurenelement, es muss mit der Nahrung aufgenommen werden. Es ist in vielen Nahrungsmitteln in der westlichen Welt nicht drin. Es ist vor allem enthalten in Seefisch und es ist auch enthalten in Algen. Und weil das die DGE und überhaupt jeder weiß und das schon seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Jod in vielen Nahrungsmitteln eben nicht drin ist, gibt es überall im Handel dieses Jodsalz zu kaufen. Und das kann man machen, man kann aber auch Algen essen oder man kann beides machen. Oder wie ich das mache, ich habe Wakami zu Hause als Algen, ich habe auch Meeressalat zu Hause aus dem Bioladen, ich habe auch Nori zu Hause für Sushi und solche Sachen. Und ich denke, wenn man diese Sachen einfach gelegentlich in seinen Speiseplan einbaut, dann hat man auch keinerlei Probleme bezüglich seiner Jodvorsorgung. Also irgendwie auf einer Packung von Wakami stehen sogar Warnungen drauf, man soll nicht zu viel davon essen, weil man sonst zu viel Jod aufnimmt. Aber man kann zum Beispiel, wenn man sich einen Eintopf macht, einfach einen Streifen Wakami klein schneiden, damit reintun, ändert am Geschmack überhaupt gar nichts und man hat seine Versorgung mit Jod. Oder man macht einen Salat und streut ein bisschen Meeressalat drüber, den ich auch als ausschließliches Dressing schon während der Challenge verwendet habe, weil der einfach so aromatisch ist, der Meeressalat, dass der dem ganzen normalen Salat unglaublich viel Aroma gibt. Oder man macht sich hin und wieder Sushi oder geht Sushi essen, wo ich auch ein riesiger Fan von bin und man hat seinen Jod abgedeckt. Oder man kann es machen wie Otto Normalverbraucher auch, man verwendet einfach gelegentlich Jodsalz. Und was uns die Uni letztes Semester dazu gelehrt hat, war, dass jemand, der keine Prädisposition hat, also jemand, der nicht in seiner Familie gehäuft eine Jodmangel, Schilddrüsenunterfunktion hat, auch nicht sonderlich auf Jod achten muss. Also nicht mehr als alle anderen Menschen auch. Aber dass Leute, die aus einer Familie kommen, wo ein Jodmangel oder ein Jodmangelstromer, also ein Kropf, der durch Jodmangel dann entsteht, weil es zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommt und das Gewebe sich über die Maßen, also das Schilddrüsengewebe sich über die Maßen verbreitert, beziehungsweise dupliziert oder multipliziert, dass man, wo habe ich den Satz angefangen, dass man, also wenn man das in der Familie hat, schon eher auf eine Jodzufuhr achten sollte und dann auch hingehen sollte, Jodsalz zu verwenden. Für die meisten Leute soll das aber nicht relevant sein. Das ist die Lehrmeinung. Ich habe noch nie Jodersatz oder sonst was genommen. Ah, ich habe aber kürzlich gelesen, dass Jod eines der Mineralstoffe ist, wo man in der Schwangerschaft explizit drauf achten sollte. Da würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass man sich dann konkret auch Jodsalz kauft. Ja, und in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal erzählen, dass ich eine Bekannte habe, also eine Rohkostbekanntschaft von mir noch, die hat 801010 gemacht, sehr, 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 sehr lange. Also ich glaube sogar drei Jahre oder noch länger. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht. Und die hat genau so einen Jodmangelstromer, also einen Kropf aufgrund von Jodmangel entwickelt, weil sie keine Algen gegessen hat. Sie hat das gegessen, was Doug Graham, dessen Buch 801010 jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, was eine unwissenschaftliche Katastrophe ist. Sie hat genau das gemacht, was der Herr empfiehlt. Sie hat auch ein paar E-Mails mit ihm geschrieben und so weiter, weil sie mit dieser Ernährung auch eine Schwangerschaft durchgezogen hat. Das Kind war gesund, Schilddrüse hatte eine Unterfunktion und hat sich dann halt vergrößert. Sie hat einen Kopf entwickelt. Wer Probleme mit der Schilddrüse hatte, der würde ich sagen, sollte nicht auf eigene Faust hingehen und mit Jod oder irgendwas experimentieren, sondern er sollte das in Absprache mit seinem Hausarzt oder auch gegebenenfalls mit seinem Endokrinologen überprüfen, was ist Sache, warum funktioniert die Schilddrüse nicht so, wie sie sollte und dann gegebenenfalls halt Jod supplementieren oder was auch immer die Ursache halt eben ist. In dem Fall, wenn es Hashimoto ist, dann gibt es nichts mit Jod supplementieren, dann kann man nur die Schilddrüsenhormone über Medikamente zufügen. Aber auch das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr. So, das war es von meiner Seite zum Thema Jod. Also wie gesagt, ich esse Algen und ich esse auch manchmal Jodsalz. Wenn mal gerade die Packung wieder leer ist und ich irgendwo bin, wo es dann gerade Jodsalz gibt und nicht im Bioladen, kaufe ich auch mal das ein, da habe ich keinen Vertrag mit. Ja, und wir haben November und ich verlose immer noch Dr. Esselstins Buch Essen gegen Herzinfarkt. Unter allen Leuten, die einen Kommentar hinterlassen und die meinen Kanal abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, auch dann könnt ihr mich natürlich abonnieren. Das war's. Ich sage tschau. Bis bald. Eure Silke.